Herzlich Willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme. Mein Name ist Kurt Geisler. Ich lese eine Passage aus meinem neuen Kriminalroman Friesenschnee, der im Gemeinder Verlag am 11. Juli 2011 erscheint. Der Blick vom Seebad Düsternbrook auf die Förde entspannte Helge Stur. Vor ihm schaukelten Möwen schwimmend auf den Wellen und immer wieder schwappte das Wasser gegen die tragenden hölzernen Balken des Seebads. Er verschaffte sich zwischendurch ein wenig Abkühlung, indem er sich aufraffte und die wenigen Stufen der Badetreppe in die erstaunlich warme Kieler Förde hinabstieg. Nur wenige Schwimmzüge entfernt passierte ihn unter mächtigen Tuten eines der riesigen Traumschiffe, die im Sommer immer öfter die Landeshauptstadt anliefen. Das war ein imposanter Anblick vor der malerischen Kulisse der Kieler Förde. Vom Achterdeck erklang fröhliche Musik und ab und zu waren sogar die Fetzen von Borddurchsagen zu vernehmen. Stuhl beschloss wieder festen Boden an den Füßen zu gewinnen und schnappte sich einen Stuhl, um das Treiben im Kieler Hafen beobachten zu können. Kleine Boote, Backassen, Segelschiffe, Schlepper und Fähren. Immer gab es etwas zu entdecken. Später am Nachmittag vermieste ein Kräuseln auf der Haut seine schönen Gefühle. Wind kam auf. Mit sorgenvoller Miene beäugte Stuhl das von Südwesten heranziehende Wolkenband, das der Sonne bald den Blick auf diesen wunderbaren Ort entzog. Das schöne Spätsommerwetter schien sich tatsächlich dem Ende entgegen zu neigen. Stuhl stand kurz entschlossen auf, streifte sein Holsteinshirt über und verließ den Badesteg über eine kleine Treppe, die direkt zur Seebar führte. Der Barbereich war ziemlich gut besetzt, weil die kühlenden Schatten der Sonnenschirme den betuchteren Gästen Schutz vor der mörderischen Hitze geboten hatten. Schnell quetschte Stuhl sich kurz grüßend auf den letzten freien Barhocker an den Tresen neben einen Cocktail schlürfenden Badegast und bestellte sich eine Selter. Bis das Mineralwasser serviert wurde, betrachtete Stuhl interessiert die bunten Likörflaschen, die von Spots erleuchtet und nach Farben sortiert, ein fröhliches Bild von der im Bäderstil gehaltenen Barabgaben, die ansonsten stringent in weiß, grau und pink designt war. Von seiner Sitzposition aus konnte er gut den bewaldeten Hank einsehen, auf dem in luftiger Höhe neben dem alles beherrschenden Hotel Maritim mehrere Villen mit Seeblick wie bei einer Perlenkette nebeneinander aufgereiht waren. Sein Sitznachbar hatte seinen neidvollen Blick wohl registriert, denn unversehens begann er, ihm ein Gespräch aufzuzwingen. Ist sicherlich nicht schlecht, da oben in der Bismarckallee zu wohnen. Ich besitze dort auch eine Hütte. Aber denken Sie, das macht einen glücklicher? Was nutzt es Ihnen, allein auf das Wasser zu starren? Soll man sich auf der Terrasse morgens Mutterseelen allein schon den ersten Whisky eingießen? Nein, das wahre Leben spielt sich doch hier unten in der Seebar ab. Selbstverständlich konnte man sich in der Seebar einen guten Überblick über die vielen Badenechsen verschaffen, egal ob die sich auf dem Badesteg tummelten oder im Barbereich flanierten. Seitdem stur mit Jenny Muschelfang zusammen war, schielte er eigentlich nicht mehr anderen Frauen hinterher. Sein Sitznachbar unterbrach seine Gedanken. Gestatten, Hans-Harald Ohmsen, Dienstleistungen und Beteiligungen aller Art, natürlich nur für gehobene Ansprüche. Meine Geschäfte erledige ich in der Regel in Kiel, manchmal auch in Hamburg, nicht immer nur geschäftlich. Sie verstehen? Natürlich verstand stur nicht. Aber er nickte. Als sein Sitznachbar jetzt das Glas nach vorne schob, um einen neuen Cocktail zu ordern, konnte stur für kurze Zeit eine kleine Tätowierung auf seinem Handrücken wahrnehmen. Sie sah aus wie ein Zahlenbruch, vielleicht ein Halb oder ein Viertel. Das passte überhaupt nicht zu der ansonsten imposanten Erscheinung des gebräunten Mitvierzigers in seiner eleganten Sommerkleidung und dem Strohhut. Nachdem Ohmsen sein neues Getränk erhalten hatte, philosophierte er weiter. Schauen Sie, das Bootshaus dort drüben, an den langen Steg, das gehört meinen Nachbarn. Er könnte sich dort ungestört von morgens bis abends Sonnen. Doch wo treibt es sich herum? Hier natürlich. Ohmsen prostete einem älteren Herrn zu, der sich trotz des eintrübenden Wetters gerade schwimmfertig machte, nicht ohne links und rechts Ausschau nach der Damenwelt zu halten. Stur nickte zwar verständig, aber mit den Gedanken war er bereits wieder bei seiner Jenny. Er hatte sich mittlerweile mit Haut und Haaren auf sie eingelassen. Hamburg oder Kiel? Das war die Frage, die ihn die Zukunft stellte. Es war sicherlich die große Weichenstellung, wenn sie mehr als eine Wochenendbeziehung führen wollten. Zu diesem letzten Schritt hatte sie Stur bei aller Liebe allerdings noch nicht durchringen können, auch wenn ansonsten vieles zwischen ihnen stimmte. Eigentlich alles, nur die ständige Päckerei und Pfarrerei knapperten an seinen Nerven. Wenigstens heute Abend musste er nicht mühsam mit seinem alten Golf in der Endstadt von Hamburg nach einem der raren Parkplätze suchen, denn Jenny hatte sich den gemeinsamen Gang zum Auftritt der Hamburger Theatergruppe Mischmasch ausbedungen, die heute im alten Wasserturm eine Sondervorstellung gab. Tod im Turm. Der eher banale Titel war es jedoch nicht, der Jenny dorthin zog, sondern die Tatsache, dass sie früher in dem Ensemble aktiv mitgewirkt hatte. Sie war zwar nur als Edelkomparsen aufgetreten, aber sie pflegte nach wie vor enge Kontakte zu ihrer alten Truppe. Glücklicherweise lag der alte Wasserturm auf dem Ravensberg kein Steinwurf von Sturs Haustür entfernt. Mit weicher Stimme wurde er aus seinen Träumen herausgeholt. »Nehmen Sie einen Cocktail mit mir? Ich kann Ihnen meinen Green Destiny empfehlen. Sehr erfrischend. Sind nur gesunde Sachen drin. Apfelsaft, Kiwi, Rohrzucker.« Den Wodka verschwieg sein Nachbar allerdings. Stur lehnte Duncan ab. Er konnte Jenny schlecht mit einer Fahne in den Augen treten. Er schaute auf die Uhr. Sollte er sich nicht besser auf den Weg nach Hause machen, bevor der aufkommende Regen ihn festnageln würde? Sein Sitznachbar hatte dankenswerterweise inzwischen Witterung aufgenommen und seinen Blick auf eine Dame mittleren Alters fixiert, die an einem Drink nicht uninteressiert schien. Stur befand, dass es ein guter Moment sein würde, den Platz am Tresen zu räumen, damit dieser Ohmsen seinen Angriff starten konnte. So trank er die Selter herstig aus, legte drei Euro auf den Bad Tresen und brummelte einige unverbindliche Worte zum Abschied. Dann verließ er entschlossen die Seebar über den Holzsteg zum Hinblickufer. Beim Abketten des Fahrrades war sie stur und schlüssig, ob er nicht den Seeblick der Villa in der Bismarck-Allee dem Treiben im Seebad vorziehen würde. Sicher war er sich nur, dass er sich jetzt auf das Wiedersehen am Abend mit Jenny freute. Ihre ehemalige Schauspieltruppe? Nun, man müsste einmal sehen. Zwischenzeit